Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister im Islam und hallo an die Nicht-Muslime. Ich will inshallah was aufzeigen, ich habe mir das auch gut überlegt, das Ganze abgewogen. Ich finde, es hat mehr Nutzen als Schaden, deswegen würde ich inshallah darauf eingehen, bismillah. Erstmal geht es hier um die beiden Fake-Accounts, darauf kommen wir inshallah gleich. Aber hier, das wollen wir erstmal kommentieren. Ihr wisst ja, es sind jetzt gerade im Augenblick Unruhen in Frankreich, unter anderem in Frankreich. Und da hat man ja einen Lehrer enthauptet, wegen den ganzen Karikaturen. Und Jason hat vor knappen Jahren ein Video gemacht und auch die Karikatur vor Bildschirm, vor Kamera, halt hingehalten. Und darauf wollen wir inshallah eingehen. Also erstmal, meine Geschwister im Islam, wie kann ein Mensch ein sauberes Papier nehmen, in den Drucker rein. Und aus, also selber, er hat es ja ausgedruckt, ja. Und dann, keine Ahnung, wo er gerade dann war, in meiner Moschee oder in Wohnungen, wo auch immer, ja. Wo vielleicht auch gebetet wird, in einem Tisch hinstellen. Warten, bis Schechel al-Berni, bis das Thema mit Schechel al-Berni ist. Und diese Sache aufzeigen und sagen, guck mal an, guck mal an, so machen. Denn subhanallah, die Absicht zählt hier wirklich gar nicht. Die Absicht jetzt, die kommen an und sagen, nein, wir wollten ja nicht den Propheten verspotten. Oder wir haben uns ja nicht lustig gemacht. Spielt ja keine Rolle. Du hast ein sauberes Papier genommen. Sauber, weiß, sauber, ja. Komplett sauber. Und das hast du schmutzig gemacht. Und das hast du getragen. Und dann irgendwann mal auf den Tisch gelegt. Und gewartet, bis du das hochheben kannst und vor Kamera hinhalten kannst. Könnt ihr euch einen Muslim vorstellen? Jemand, der behauptet, ein Muslim zu sein. Also sogar, ich gehe doch so einen Schritt weiter. Sag mal lieber einen Muslim. Aber auch jemand, der vielleicht nicht praktiziert. Könnt ihr euch vorstellen, der sowas macht? Kennt ihr jemanden, der sowas gemacht hat? Also ich kenne jemanden, der null Iman hat. Der null Iman besitzt. Der das getan hat. Und das ist Yasin. Das zeigt einfach, dass dieser Mensch, dieser Gestalt, einfach gar kein Verständnis hat. Der hat kein Iman. Der hat kein Glauben. Der weiß gar nicht, was Iman bedeutet. Das Einzige, was er macht, ist einfach nur auswendig lernen. Kamera hinhalten und dann ein Video machen. Subhanallah, mehr ist es nicht. Weil jemand, der Iman besitzt, der würde niemals wagen, diese Karikatur einfach dahin zu stehen vor der Kamera und zu sagen, guck mal an, hier. Egal, was seine Absicht ist. Natürlich, am Ende heißt es, nein, das hat er mit Propheten. Mohammed hat nichts zu tun. Das ist ja nicht der Prophet. Natürlich ist es nicht. Aber es wird ja Verbindung gebracht mit den Propheten. Und der Prophet wird ja in dem, die wollen ja den Propheten verspotten. Warum wohl dieser Lehrer enthauptet? Warum gibt es gerade Unruhen? Dann brauchen wir gar keine Unruhen zu machen. Ja, die Unruhen können wir das einfach so lassen und darüber lachen. Und sagen, ach, ist doch egal. So ist es aber nicht. Auch wenn es jetzt der Prophet nicht ist. Natürlich ist es nicht der Prophet. Aber trotz allem wird es mit dem Propheten, mit dem Islam, mit dem Propheten zusammengebracht. Und aus diesem Grund allein schon, das ist doch voller Quatsch. Also ich will nur aufzeigen, dass diese Menschen kein Verständnis haben, dass sie null Iman haben. Vor kurzem, vor einem Jahr noch, hätte jemand gesagt, der ist Muslim und dies und das. Ja, mein allererstes Video zum Beispiel gegen ihn. Da habe ich gesagt, er ist Muslim, aber ich zweifle daran, dass er ein Muslim ist. Das ist wirklich ein Heuchler, weil ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass jemand, der Iman im Herzen hat, jemand, der Glauben hat, jemand, der Verständnis hat, jemand, der versteht, jemand, der weiß, was er da sagt, dass er einfach so eine Karikatur nimmt von dem Propheten, die von dem Kuffar gemacht wurde. Und das nutzt, weil das wollen ja genau, das wollen die ja so erreichen, dass er das aufzeigt. Ich meine, dieser Lehrer, der jetzt enthauptet wurde, der hat sich vielleicht auch gar nicht lustig gemacht. Allahu a'lam, ob er sich überhaupt lustig gemacht hat. Der hat es einfach aufgezeigt. Und das ist halt von vornherein falsch. Und ich sage ganz ehrlich, Allahu a'lam, ob man überhaupt dann noch den, ich weiß es nicht. Den Hukum will ich jetzt nicht geben. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist diese Sache, jemand, der Iman im Herzen hat, der würde sowas niemals tun. Niemals tun. Und diese Leute machen einfach nur Videos und labbern und labbern, labbern, labbern. Aber die wissen gar nicht, die praktizieren den Islam gar nicht. Keineswegs. Das ist Nummer eins. Also null Iman, kein Verständnis. Die wissen gar nicht, Allahu a'lam, ob die überhaupt den Koran mal zu Ende gelesen haben. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt diese Leute überhaupt beten. Ich weiß es nicht. Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allah weiß am besten. Aber ich weiß eins, das sind Heuchler. Heuchler. Richtig Wort. Buchstabe für Buchstabe sind die Heuchler. Das ist schon mal klar und deutlich, weil nur ein Heuchler kann sowas machen. Ein Muslim, sein Herz würde beben. Ja, nein, sein Herz würde beben. Aber das ist eine, wie gesagt, das ist jeder seins. Vielleicht wird der ein oder andere sein Ramazan, aber das war eine andere Absicht gewesen. Der wollte doch wegen Shechel Albanien. Das ist doch egal. Wie kann man sauberes Papier, Blatt, Papier benutzen, dafür und schmutzig machen und das tragen, auf den Tisch hinstellen und warten, bis das Thema kommt. Und das Thema hat mit Shechel Albanien, was hat Shechel Albanien mit diesen Karikaturen zu tun? Gar nichts. Jetzt wird er ankommen und sagen, ja, weil er gesagt hat, so und so, diejenigen, die sich halt, ja, so den Propheten halt so und so sagen, dass sie noch Muslime sind. Das ist ganz was anderes. Es geht um, danach auch um Vergebung. Dass diese Leute danach vergeben, dass sie ganz genau wissen, dass sie was Falsches gemacht haben. Und nicht um die Kofar, die sich lustig machen. Da ist Shechel Albanien, ich mache Konsens, dass derjenige seine Strafe dann auch bekommt, die auch bekommen muss. Ja, und hier, was ist ein Quatsch, Jani? Wie kann man sowas hinstellen auf dem Tisch und warten und hochhalten vor der Kamera, Jani? Wie kann man, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Vielleicht wird jemand sagen, ja, du bist gegen Ersten der Handel, ich will das, wie machst du das? Nein. Zeig mir bitte einen einzigen Muslim, der das getan hat. Zeig mir bitte einen einzigen Muslim, der diese Sache ausgedruckt hat und aufgezeigt hat vor der Kamera. Dann können wir darüber weiter diskutieren. Das ist ein Heuchler. Aber egal, wir machen jetzt ein nächstes Thema. Es geht hier um die beiden Fake-Accounts. Einmal hier, Ahmed Cesar, ja. Internet habe ich jetzt ausgemacht, weil ich Nachrichten bekomme. Und hier, ich mache mal Internet an, ganz schnell. Das brauchen wir gleich. Ähm, hier. So, also Internet ist inshallah an. Also Ahmed Cesar und Ibn Arun. Das ist hier. Drücken wir jetzt hier rauf. Alhamdulillah, geht auf. Ähm. Das ist hier Yasna Hanafi. Das ist Yasna Hanafi, sein Fake-Account. Und das ist Allah-u-Alem Fulkan. Fulkan Abdullah. Das ist im Auftrag des Islam, ne? Allah-u-Alem. Auf jeden Fall, das ist 100% Yasna Hanafi. Diese Leute, die trauen sich gar nicht, mit ihren eigenen Accounts zu schreiben. Die versuchen einfach Unruhen zu stiften, zu spionieren und so weiter und so fort. Da heißt es immer so, versuchen die zu verteidigen. Auf jeden Fall sind die keine Männer. Das sind keine Männer. Und, ähm, das sind ihre Fake-Accounts. Nur damit ihr Bescheid weißt. Ja. Guck mal, hier haben wir gefunden. Gleiches Profilbild. Das ist eine spanische Seite, Internetseite. Eine spanische Seite. Hier, dasselbe Bild. Selbe Bild, ja? Hier. Sein Profilbild. Er tut so, ob er so einen langen Bart hat und dies und das. Hier sehen wir auch, dass er sich selbst verteidigt. Der Yasna Hanafi verteidigt. Sie haben also Doppelleben auch manchmal, ne? Also zumindest Yasna hat das. Der hat auch wirklich mehrere, ja, Identitäten. Die Bayina wissen mit Schirk. Wie kann er sagen, wissen mit Schirk, wenn ich, subhanallah, nur Allah subhanahu wa ta'ala allein anbete? Diese Leute haben gar nicht verstanden. Die Karikatur, weil er versucht jetzt, Yasna Hanafi zu verteidigen, ne? Wir wissen ja. Hat er nur gezeigt, um zu zeigen, was für ein Hund al-Bani ist. Ja, da fehlen mir wirklich die Worte, ja. Subhanallah, der Sheikh al-Bani war im Gefängnis gewesen. Die Herrscher haben, ja, die waren gegen ihn gewesen in seiner Zeit. Ja, der war sogar im Gefängnis. Und der hier zeigt einfach auf und sagt, guck mal, ein Sheikh al-Bani ist ein Hund. Was für ein Hund al-Bani ist dieser dreckige Kafir? Wie kann jetzt jemand, der Verstand hat, der wirklich mal Allah subhanahu wa ta'ala eine Sekunde fürchte, ich rede hier von Sekunde, noch diesen Menschen überhaupt noch folgen? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn wirklich diesenjenigen rechtgeleitet hat, wie kann man seine Seele an diese Leute verkaufen? Ja, wenn die nicht von Schätan sind, wer ist von Schätan? Ja, der Sheikh al-Bani sagt, er was? Er sagt, er ist ein dreckiger Kafir und Hund. Und was dich Erdogan-Anbeter betrifft, ja, subhanallah, wie kann man sagen, ich bete Erdogan an? Ja, ne, wie ungerecht muss man sein? Ja, ne, wie falsch muss man sein, dass man sagt, ich bete Erdogan an? Subhanallah, ja, subhanallah, ja, die wirklich. Und kommst auch noch dran schon bald, ich habe gesehen, was es für Fehler von dir aufgedeckt hat. Ja, ja, das ist er selber, das ist Yasin Halafi. Allah Akbar, ich konnte mir mit dem Kopf schütteln und erst dann erkennen, was, ja, ja, die wollen mich so einschüchtern, ne? Die denken auch, die können mich einschüchtern, also er kann mich einschüchtern. Der Yasin II kann mich irgendwie einschüchtern. Ja, subhanallah, ja, die wissen gar nicht, was ich überhaupt geplant habe. Ich bin nicht mal 10% mit diesen Leuten fertig. Ich habe nur ein bisschen pausiert, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe gesagt, das reicht genug, widerlegt, reicht erst mal. Aber wenn es nötig ist, zeigen wir auch die anderen Videos, die denken auch, wir haben keine Beweise. Wir kommen mit Verstanden an, mit Ilmul Kelam an und werden aufzeigen. Mit Verstand werden wir aufzeigen, mit Koraneier werden wir aufzeigen. Wir werden inshallah jetzt noch bei... Egal, dazu will ich jetzt nichts sagen. Egal, ich will, ja, das ist egal. Auf jeden Fall geht es hier darum, ja, was er hier geschrieben hat, was für ein Hund Albani ist, dieser dreckige Käfer. Er beleidigt Gelehrte. Und wer diesen Menschen noch Gefällt mir drückt, oder seine Videos teilt, oder ihn anschaut, ihn bewundert, Wallahi, der steckt genauso in der Hölle wie diese Leute. Das sind die Hunde der Höllenfeuer. Wenn diese Leute nicht die Chavaric... Schlimmer als Chavaric. All die Chavaric haben ein bisschen, ja, die haben vielleicht gesagt, Käfer oder so haben die benutzt, aber niemals solche Wörter benutzt. Ja, die so auf diese Art und Weise niemals. Die haben den Tekfir ausgesprochen und teilweise haben die auch, ja, haben die Anstand, ja, ein bisschen Vernunft gehabt. Diese Leute sind schlimmer. Zum Beispiel, es gibt diese eine Mädchen, die heißt Laissa, glaube ich, Laissa Matruidia, die wisst ihr, die hat auch gegen mich Videos gemacht. Die war auch vom Auftrag des Islam und mit Yasin Hanefi und hat diese ganzen Videos geteilt. Wallahi, die hat ihren Dien verlassen. Die gehört jetzt angeblich zu den Koranijunen, aber nicht mal das. Die nimmt sogar aus Bibel und versucht, Bukhari zu widerlegen. Bukhari zu widerlegen, was was? Mit Bibel stellen. Ja, Koranijunen würden diese Sache sogar, Allah o'alaim, nicht machen. Die hat Hadith, lehnt sie komplett ab. Hat Kopftuch auch ausgezogen, Hadith lehnt sie ab und die war in dieser Sekte drinne. Ja, die hat an diese Sekte geglaubt und das ist, was am Ende passiert. Die Menschen fallen einfach ab. Das ist der Schetan. Benutzt diese Menschen, diese Gestalte, Yasin Hanefi und so weiter und so fort, damit man die Religion verlässt. Nicht, dass man seinen Iman stärkt, weil wenn jemand Iman stärkt, der würde niemals Karikaturen aufzeigen, egal was die Absicht ist. Die wollen sich einfach was machen. Die wollen, dass die Religionen verlassen werden. Jemand hat mich angeschrieben und meinte, die will den Islam verlassen. Auch einer von denen. Ich meinte, wieso, weshalb? Ja, ich muss Tekfir aussprechen, ich komme damit nicht mehr klar. Ich meine, du musst kein Tekfir aussprechen. Was für Tekfir, was redest du da? Da haben wir, Alhamdulillah, aufgeklärt. Aufgeklärt. Und hat, Alhamdulillah, ja nie sein gelassen. Und ich meinte, mit diesen Leuten darfst du einfach keinen Kontakt mehr haben. Und Alhamdulillah, Inshallah, hat sie damit keinen Kontakt mit diesen Leuten. Ansonsten wirst du deine Seele auch an diese Leuten verkaufen und wirst auch deine Religion verlassen. Und die meinte, ja, ich wollte schon, kurz davor war ich, den Islam zu verlassen. Dann noch jemand. Also es sind einige, die wirklich die Religion, den Dien, den Islam komplett verlassen. Die zum Murtaddin gehören wollen. Am Ende, laut Herr, ihr Herzen streben danach. Weil die glauben nicht, die können es nicht vorstellen, dass es die Religion ist. Und das sind diejenigen, die das verursachen. Solche Gestalte, die die Gelehrten beleidigen. Überlegt mal, was hier schreibt, Scheich al-Albani, ein Gelehrter vom Feinsten. Jemand, der in seiner Zeit, Allah-u'alam, wie viele von Scheich al-Albani es gab. Allah-u'alam beleidigt ihn mit Hund und mit Kafir. Und kann was, Karikatur aufzeigen. Von dem Propheten, Jani, sein Herz bebt nicht. So eine Karikatur aufzuzeigen. Obwohl es voll falsch ist. Klar und deutlich eine große Sünde ist. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Und so einer wie Jass der Halle für ist, ist nicht mehr als eine Sünde. Also ich wollte es nochmal aufzeigen. Das sind die Fake-Accounts. Diese Leute, die haben kein Verständnis. Die wissen gar nicht, was sie da sagen. Die glauben nur, Jani, die lernen einfach nur auswendig. Ach, er will dagegen mich jetzt Videos machen. Seit ein paar Wochen hat er schon versprochen. Wisst ihr, warum er so lange braucht? Weil er diese Sachen auswendig lernt. Und er muss alles auswendig lernen. Er braucht Ria, Augendienerei. Ohne Augendienerei gibt es kein Jassin. Jassin, der andere ist Augendienerei pur. Denn dieser Typ will einfach nur aufzeigen. Jali, am liebsten, egal, ich sag lieber nichts. Aber der will einfach nur aufzeigen und Augendienerei machen. Und diese Sachen erstmal auswendig lernen. Erst wenn er auswendig gelernt hat, dann macht er sein Video fertig. Weil das hat er selber in seinem Kanal auch bestätigt. Er hat reingeschrieben, dass er, ich weiß nicht, was hat er geschrieben nochmal, dass er, war es jetzt mein Video? Ich weiß, ob es jetzt mein Video war, gegen mich war, gegen mich war oder, ist ja egal. Er meinte auf jeden Fall, er muss jetzt trainieren. Was heißt trainieren? Wer trainiert dann bitte? Wer trainiert bitte? Ein Muslim, der trainiert doch nicht. Ein Muslim lernt, aber trainiert nicht. Trainieren heißt, er will das gerade im Moment auswendig lernen, damit er seine Augendienerei aufzeigen kann. Guckt mal an, wie viel Arabisch ich kann, obwohl er gar kein Arabisch kann. Er will ja diese Sachen so aufzeigen, so rüberbringen, ob er jetzt so ein Gelehrter wäre, damit er diese dummen Leute sich beeinflussen lassen. Also viel will ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall passt auch von diesen beiden Accounts auf, von hier, Ahmad Cesar und Ibn Arun. Hier sein Gesicht haben wir schon gezeigt. Mehr haben wir jedem zu sagen. Meine Möge Allah uns wirklich davor bewahren, vor dieser Heuchler und beschützen und jeden, der abgehört ist, recht leiten. Rahul Lawan, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.